Hallihallo, Hallöchen und weiter geht die fröhliche Sause heute mit Final Fantasy 10 Ja Gut Hier haben wir wieder den Chocobo-Antrieb, Mist, Dreck, Piss hier und so Wisst ihr, ne? Wir gehen nochmal hoch und Oh! Ich strecke mich gerade um ein bisschen, oh, das ist schön So, habe ich denn... Habe ich denn... Ja, ich habe denn hier liegt irgendwo das nächste Abettlichste kam Gut, gut, ich habe... Ähm... Ja, kann man erscheint, oder? Ne, man kann nicht... Man kann aber... Ja, sag mal etwas Du kannst das Du kannst die Verantwortung Relax, er ist bound zu know jemanden in Luca Und wenn nicht... Du kannst immer ein Blitz-team Anyhow, es ist besser, als nur zu ihm und zu sein Was? Was? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuno wants to make him a guardian Oh, ja, geez There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine! It is mine, huh? Und werdet! Why do you think she wants to make him a guardian anyway? Because he's Sir Jack's son Oh, right Wait, you sure about that? He's really Sir Jack's son It's hard to say, but Yuno seems to believe so Okay Okay, okay Hey, that's all you have to say? Well, yeah, I mean He's gotta decide for himself, yeah? Well, him and Yuno, I guess You're right, for once Ahem I wonder which is best Why don't you tell him he should? Should what? Become Yunas guardian Why me? Because Yuna can't Why not? He hates his father What he was What he did Do you really think she can possibly say to him? I want you to be my guardian Like your father was to mine Aren't you being oversensitive? All right, all right I'll try to talk to him after the tournament Be discreet I know It's his decision Fail Fail up well well trying to follow in my footsteps are you I usually charge for lessons you know that shot is done like this Du kannst es nicht machen, Junge. Aber keine Angst, mein Junge. Du bist nicht der einzige. Niemand kann das machen. Ich bin der Beste. Und jetzt müssen wir... Ja. Okay, wenn ich es schaffe, dann ist es gut. Wenn nicht, habe ich halt Pech. Ich würde nur so das Blutballspiel nicht gewinnen werden. Das ist mir eigentlich relativ Wurst. Ich bin der Beste. Cool. Ich bin der Beste. Ja, genau. Huh? Ja. Ja. Was ist das? Das ist gar nicht. Es hat einen Namen. Einigen kann es machen, wenn sie versuchen. Ja, eine Mal wieder. Ja. 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 Ich k께 dir. Ja. Ja. Das war der Jeck Rex bliiden, oder? Alles Pablo-Eck? Ah- Ja. Ja! Jetzt, wenn du gewinnen hören,ской? Wie wissen Sie das? Herr Jekt hat es mir gezeigt, als ich ein Kind war. Er nennt es den Sublimel-Magnificen Jekt-Shot Mark III. Herr Jekt hat es mir gezeigt, als ich ein Kind war. Er sagte, dass sie alle Nacht zurückkommen, um zu sehen Mark I und Mark II zu sehen. Und sie haben wirklich zurückgebracht. Ich hatte so viel Angst. Ist er vivo, du denkst? Ich weiß nicht. Aber Herr Jekt war mein Vater. Er ist auch hier famous? Ja. Also, wenn etwas zu ihm passiert, würde ich denken, dass die Worte schnell zurückkommen würde. Ja. Was würden Sie tun, wenn Sie ihn gefunden haben? Wer weiß. Ich dachte, dass er zehn Jahre alt war. Also... Ich würde ihn einfach nur schümmen. Ich würde ihn einfach nur schümmen. Nach dem alles, was er mir gemacht hat. Und weil er sehr famous ist, ich war immer... Ich würde ihn nicht wissen. Ich würde ihn wissen, Yuna. Hm? Ihr Vater ist auch famous. Ja. Jeder in Spira kennt ihn, oder? Ja? Es ist schwer. Es ist schwer, in seinen Vorstellungen zu folgen, als Seminer. Natürlich. Aber... Aber... Der Ehre zu haben, ein Vater wie ihm... ...sirpasst all das. Ich denke. Das ist sicher. Es ist nicht viel zu erhebten, über mein Vater, das ist sicher. Es ist sicher. Ihr nicht gesagt, das über dein Vater? Ich habe das Recht. Hm. Ich denke, du hast. Ow! Show mir das Bewegung wieder. Yo! Ich dachte, mein altes Mann würde kommen zu Luka. Er hat niemals gesehen, wie andere Leute spielen. Aber ich konnte nicht helfen, zu fühlen, dass etwas... ...hier zu passieren. Und meine Gefühle sind meistens richtig. Natürlich, ich habe gesagt, Waka, dass ich ihn gewinnen würde. Aber... Ich bin nicht sicher, dass ich es in mir hätte, um es zu spielen. Ich bin nicht mehr.